Vor ein paar Jahren bin ich in Köln bei der 72-Stunden-Aktion des BDKJ Schirmherr gewesen. Deswegen dieser Schirm, den ich immer noch habe. Und der BDKJ von Hamburg, der hat mich in diesem Jahr eingeladen, die Schirmherrschaft über die 72-Stunden-Aktion zu übernehmen. Das tue ich gerne, weil ich weiß, in diesen 72 Stunden passiert unwahrscheinlich viel. Da sind ganz viele Jugendliche unterwegs, die sich einsetzen in Politik, in Gesellschaft, im sozialen Bereich, in ihren Gemeinden, in ihren Kommunen, um die Welt ein klein bisschen zu verbessern. Deswegen ist das Motto, uns schickt der Himmel, euch schickt der Himmel. Macht mit, beteiligt euch und verändert so in diesen 72 Stunden im Mai diesen Jahres ein bisschen die Welt in Hamburg, Mecklenburg und Schleswig-Holstein.